Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir anhand des Tarots einfach mal Ja-Nein-Fragen beantworten werden, okay? Das heißt, ich mache dir gleich drei Optionen, aus denen du ein oder mehrere Optionen auswählen kannst, okay? Und du stellst deine Fragen in deinem Kopf. Die Situation, um die es gerade sich handelt in deinem Leben, visualisiere sie, Frage deine Frage, visualisiere auch den Menschen eventuell, um den es hier geht und du entscheidest alleine, welches der drei Optionen nachher für dich in Frage kommt, okay? Du kannst auch auf jede der Optionen eine Frage stellen. Die Fakte ist einfach nur, dass ich dir diese Fragen mit Ja-Nein beantworten werde und du schlussendlich das daraus ziehst, was für dich wichtig ist, okay? Also, wir fangen mal an. Denk dran, interaktive Videos passen nicht zu tausendprozentig auf jeden zu. Deswegen hast du die Möglichkeit, wirklich mich weiterhin für private Legungen anzuschreiben, okay? Und wir schauen einfach mal, was dir das Tarot heute mit auf den Weg geben möchte, okay? Also, Option 1 ist der lilane Würfel der astrologischen Häuser, Option Nummer 2 der blaue Würfel der astrologischen Sternzeichen und Option Nummer 3 der grüne Würfel mit den Planeten, okay? Entscheide du ganz in Ruhe. Kannst du dich nicht entscheiden zwischen Option 1, 2 oder 3. Hast du die Möglichkeit, das Video zu pausieren, okay? Konzentriere dich, kreuze nicht Hände und Beine, visualisiere deine Situation dem Menschen, um den es geht. Bist du einer der unsichersten Menschen, kannst du das Video bis zum Schluss durchschauen, falls du von jedem der Stapel eine Frage gestellt hast, was auch immer. Konzentriere dich, ich fange währenddessen schon mal an, okay? Stelle deine Frage immer wieder im Kopf und ich gebe dir einfach nur die dementsprechenden Antworten, okay? Also, mal schauen, was auch immer deine Frage sein wird. Denk dran, wir arbeiten hier mit deinem Bewusstsein, dass du agieren, reagieren kannst und alles, was nicht zu deinen Gunsten ausfällt, ist für dein Ego, damit du weißt, was aneckt, damit du daran arbeiten kannst, okay? Deine Fragestellung. Also, egal, was deine Frage auch immer gewesen sein mag, die Antwort ist ja, okay? Ja, warum? Weil dir das Schicksal wirklich ganz viele Möglichkeiten bietet. Du wirst unvorhergesehene Ereignisse haben, du wirst die richtige Wegweisung bekommen, du wirst aus der Intuition heraus entscheiden. Das Schicksal sagt in Option Nummer 1, ja, definitiv. Warum? Auch wenn es hier um versteckte Gefühle geht, auch wenn es hier um Ängste gehen sollte, um Unsicherheiten, mache dir keine Gedanken. Deine Frage, die du dir selber gestellt hast, wird mit Ja beantwortet werden. Aber es liegt auch viel an dir, wie viel Eifer du zeigst, wie viel Einsatz du zeigst, wie ehrlich du dir selber bist oder zu diesem Menschen, okay? Alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Alles kommt aus der Gerechtigkeit Gottes, okay? Das Schicksal meint es auf einer Seite sehr gut mit dir, weil es dir ein Ja gibt, was auch immer deine Frage gewesen ist. Auf der anderen Seite ermahnt es dich aber auch wirklich ehrlich zu sein, ganz ehrlich mit dir selber umzugehen, nicht dich von einer Illusionwelt leiten zu lassen, auch nicht so ins Gericht zu gehen, nicht so sehr ins Gericht zu gehen mit dir oder mit jemand anderem, okay? Wichtig ist einfach nur, dass du für dich analysierst, ob diese Entscheidung, die du treffen möchtest, die richtige ist, ja? Welcher Engel begleitet dich? Dich begleitet der Engel der Weisheit. Der Engel der Weisheit bedeutet einfach, kehre in dich, okay? Alles, was für dich zufriedenstellend ist, kann noch ein bisschen besser werden. Lebe das Leben, genieße das Leben, finde deinen eigenen Weg, höre mehr auf deine Intuition, zapfe dich mit der Quelle Gottes in dir selber an, okay? Es ist wichtig, dass du deine Weisheit, die in dir steckt, anzapfst. Dich nicht von irgendwelchen Gefühlen verleiten lässt, die vielleicht toxisch sind oder dich verwirren, sondern wirklich kehre in dich, weil der Weg ist dir geebnet, okay? Zum Positiven, Option Nummer 1, also die Antwort war ein klares Ja, was auch immer deine Frage war. Option 2, der blaue Würfel, stelle deine Frage, visualisiere diesen Menschen, um den es hier geht, um die Situation, um die es geht und wir wollen mal schauen, was ist die Antwort? Ups, diese wollte raus, okay. Die Antwort ist, im Moment ist es ein Jein, also es wird ein bisschen schwierig, das zu verwirklichen oder mit dieser Person zusammenzukommen oder die Gefühle zu äußern, warum? Weil im Moment bist entweder du sehr beladen, ja, sehr überfordert, es gibt so viele Fallstricken, es gibt Einflüsse von außen, dritte Personen, die sich manipulieren oder vielleicht um eine Person, um die es geht, manipulieren, okay? Es ist momentan noch ein schwieriger Weg, du musst dich noch ein bisschen in Geduld üben, du musst noch ein bisschen mehr in dich hineinhorchen. Im Moment ist es so, dass diese Frage, die du beantwortet bekommen möchtest mit Ja und Nein, sich im Moment noch nicht erfüllen kann, warum? Weil es einige Fallstricken gibt. Nicht nur du musst in die Klarheit kommen, ja, du hast viel Verantwortung, viel Ballast, auch aus der Vergangenheit, du musst dir klare Entscheidungen treffen. Geht es um eine weitere Person, um einen Mann, um eine Frau, ja? Ja, ist es so, dass dieser Mensch auch gerade gefangen ist. Schlussendlich, nach einer Zeit des Wartens, nach einer Zeit der Reflexionieren, ja, und man sich wirklich auf diesen Thron setzt, wo man hingehört, das heißt, sich selber erkennt, sich selber wertschätzt und sein Leben erstmal ordnet. Oder dem Menschen, um dem es geht, den Raum und die Zeit gibt, sich zu ordnen, ja? Wird es hier zu einem Ja kommen? Ja, warum? Weil euer Weg geebnet ist, um Erfolg zu haben, um zusammengeführt zu werden, egal auf welche Konstellation auch immer. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, ja? Das Schicksal, möchtet ihr sagen, bleibt ein bisschen in dem Vertrauen drinnen, okay? Alles geschieht zum richtigen Zeitpunkt, aber im Moment ist nicht der richtige Zeitpunkt, um eine klare Entscheidung zu treffen, um ein Aufeinander zuzugehen zu haben. Warum? Weil die Zeit momentan noch nicht reif ist, weil es viel Einfluss von außen gibt. Egos spielen hier eine Rolle, es müssen Sachen geordnet werden. Was wichtig ist, ist, lass dir Zeit, habe keine Angst. Der Engel der Tat, der Verwirklichung, ja? Auch mal neue Wege zu gehen, auch mal Gedankengänge zurückzulassen, auch mal Veränderungen zu akzeptieren, den Mut zu haben, deine Kreativität, deine Willensstärke, deine Bereitschaft, Sachen loszulassen, die dir nicht gut tun, steht an erster Stelle. Also verwirkliche dich selber, okay? Es ist hier wichtig, dass du A, erstmal allen Ballast rausräumst, der dich blockiert oder auch andere blockiert, okay? Also, treffe deine Entscheidung aber in Ruhe. Option Nummer 3, visualisiere auch du deine Frage. Ja, denkt dran, Leute, ihr habt immer die Möglichkeit, mich für private Legungen anzuschreiben, für Paartherapien oder für zielorientierte Therapien, okay? Okay, wir gehen aber, jetzt konzentriere dich, Option 3, Option 3, ja oder nein, was ist das hier? Also pass auf, Option Nummer 3, ja, es ist ein Ja, warum? Weil es kommt dir vom Schicksal, von der Gerechtigkeit Gottes, dass du diese Frage mit Ja beantwortet bekommst. Es könnte ein paar Hindernisse geben, die aber nicht so schlimm sind. Warum? Weil du am Reifen bist, du wirst noch reifen, du wirst absolut in die Klarheit kommen, ja? Du wirst umziehen, du wirst eine Reise machen, du wirst der Spiritualität näher kommen, du wirst aus der Weisheit, aus der Liebe agieren, aus dem Mutterinstinkt, wenn du schon Mutter bist, okay? Du wirst dich verwirklichen, hast du es hier mit legalen Papieren, Unterlagen, Gerichtsurteilen, Kohle, irgendwas zu tun, mach dir keine Gedanken, es wird ein klares Ja für dich werden. Alles, was du einforderst, egal ob es eine Kur ist, egal was du einforderst, was du weißt, was dir vom Gerecht Gottes und terrenaler Ebene zusteht, wird sich dir erfüllen, okay? Auf der anderen Seite ist es wichtig, egal was du gefragt hast, ja, es kommt eine krasse positive Veränderung, sowohl durch einen Umzug, eine räumliche Veränderung, eine interne Reise zur Erkenntnis zu kommen. Du wirst auf den Thron zurückkehren, der dir zusteht, okay? Du wirst mit Liebe, mit Warmherzigkeit, mit der Weisheit, wirklich mit deiner Feinfühligkeit agieren und eine klare Entscheidung treffen für dich. Warum? Weil du weißt, dass deine Intuition, dein Herz, deine Gefühle, das Universum dich immer auf den richtigen Weg bringen wird. Wow, Option Nummer 3, alles geschieht zu deinem Gunsten. Wow, absolut toll. Also es ist ein klares Ja, okay, weil du bereit bist, alle Konflikten, alle Hürden auf sich zu nehmen. Guck mal, welcher Engel begleitet dich, der Engel des Vertrauens? Vertraue und glaube an dich. Vertraue, dass du so stark genug bist, um jedes Hindernis, jede Hür, jede Zweifel auf dich zu nehmen und in eine positive Transformation zu bringen. Nicht nur Gott und das Universum, auch die Engel stehen an deiner Seite. Es ist wichtig, dass du alle Zeichen weiterhin erkennst. Bleibe in diesem Weg der Spiritualität. Öffne dich immer mehr. Bleibe im Vertrauen. Liebe dich als erstes selber, okay? Und danach kommt alles andere. Option Nummer 3, es ist ein klares und deutliches, absolutes Ja. Wow, Leute, ich finde es toll, dass mir heute das Tarot gesagt hat, Alena, wir machen heute ein Ja-Nein. Denkt dran, ich bin Zigeunerkind und ich lebe mit dem Tarot tagtäglich. Ich bin damit aufgewachsen und es ist heute mal echter Schrei gewesen. Sagt mal Ja-Nein, mal gucken, was passiert. Leute, egal wie eure Antworten rausgefallen sind auf eure Fragen, ja, nehmt es an, denkt ein bisschen nach und habt ihr weitere Fragen, ja. Schreibt mich einfach an per WhatsApp. Ich helfe euch gerne, in eurem privaten Leben wirklich weiterhin Fuß zu fassen und die richtige Entscheidung zu treffen, okay? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr meinen Kanal liked und abonniert. Hast du meinen Kanal noch nicht abonniert, abonniere ihn. Es gibt immer eine versteckte Nachricht in irgendeines meiner Videos, okay? Denkt dran, wenn deine Intuition dich zu mir, zu Alena-Terror führt, ist genau der richtige Zeitpunkt, um diese Nachricht, die für dich ist, zu hören, okay? Und Leute, ganz wichtig, gebt wirklich dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht. Seid eures Glückes selber schmied. Ihr habt viel Verantwortung, die ihr wirklich eigenständig positiv für euch einsetzen könnt. Und seid ihr eure schönste Rose, egal ob du Mann oder Frau bist, seid die schönste Rose im Volumenbeet. Weil die schönsten Rosen wachsen nach den schwersten und kältesten Wintermonaten. Also geh die Prüfung deines Lebens an, hab Vertrauen in dich, in das Universum, denn alles kommt, wie es kommen muss, okay? Fühl dich lieb gedrückt und wir hören uns morgen wieder. Bye!